Servus! Ich war... Na, wisst ihr's? Genau. Ich war shoppen. Asche auf mein Haupt. Ich war shoppen. Schlimm. Wie ungewohnt von mir, ne? Was hab ich gekauft? Fangen wir an. Ich habe zugegriffen bei Balea. Dusch und Creme Limette und Aloe Vera. Warum? Ich möchte den Sommer festhalten. Es riecht so schön frisch. Es riecht einfach nur frisch. Es ist jetzt kein besonderer Duft, wo ich sage, hey, sowas hab ich noch nie gerochen. Das ist Quatsch. Das wäre auch übertrieben. Es ist einfach ein frischer Duft. Und ich möchte den Sommer einfach festhalten damit. Ich möchte noch ein paar Töne. Schöne Tage. Was hab ich noch mitgenommen? Ähm... Noch ein Duschbad. Schon wieder ein Duschbad. So viel kann man gar nicht duschen gehen. Geil. Ich kann dat. So. Geh ich halt zweimal am Tag duschen. Mir auch wurscht. Eisschimmerdusche. Entworfen von tausend Mitentwicklern. Mach mit auf unser Aller. Äh... Ja. Da haben also 2000 Balea-Freunde über eine Facebook-App dieses Duschbad entwickelt. Es erfrischt und pflegt, heißt es. Vom Geruch. Ja, ich kann es schwer einschätzen. Also es ist schon irgendwie kühl. Aber es riecht auch sehr, sehr... weich. Also... Ich weiß nicht, wie man es beschreiben kann. Ähm... Es ist eine... Es soll eine Zimtnote sein. Ich rieche kaum Zimt. Zimt nehme ich jetzt nicht wirklich wahr. Aber es soll eine Zimtnote sein. Ich fand es vom Geruch sehr dezent, frisch und doch ein weicher Unterton. Hat mich deswegen interessiert und ich freue mich jetzt auf zu benutzen jetzt. Also ich bin gespannt. Abgesehen davon, ich finde die Verpackung geil. Ich sag ja, beim Schminken mag ich Blau gar nicht. Aber so als Farbe finde ich es super geil. Nein, ich kaufe meine Duschbäder nicht, weil die Verpackung geil ist. Okay, manchmal. Aber mehr wegen dem Duft. So. Noch mitgenommen, auch ganz neu. Balea-Creme-Öl Body-Lotion. Mit... könnt ihr es lesen. Genau. Ich nehme ich nicht. Marulanus-Duft. So. Jetzt kann ich es lesen. So. Das ist das schöne Ding. Ähm... Mit 40% pflegenden Ölen, samtweiche Intensivpflege. Ähm... Das wird wohl für sehr, sehr trockene Haut sein, nehme ich an. Täglich mit sanftkreisenden Bewegungen einmassieren. Mit Milchproteinen. Ähm... Ich setze jetzt nicht auf die Haut. Es ist recht ergiebig, wie ich finde. Vom Geruch... Sehr nussig. Aber angenehm nussig. Ja, wenn es ein bisschen eindrückt wird, riecht es ein bisschen herb. Aber... Riecht halt nach Nuss, ne? Milchnuss. Nussmilch. Hm. Ich kriege Durst. Nussmilch. Also, so fühlt es sich auf der Haut sehr, sehr angenehm an. Die Haut wirkt sehr, sehr zart. Ähm... Ich freue mich aufs Ausprobieren weiter. Da bin ich gespannt. So, was haben wir noch mitgenommen? Alverde Körperbutter Vanille Mandarine. Ähm... Da freue ich mich... Äh... Ja, doch... Vanilleblüte. Habe ich Vanilleblüte gesagt? Ja. Nehme ich an. Für sehr trockene Haut. So sieht es aus. Vom Geruch. Einfach nur lecker. Einfach nur lecker. Ich werde es in Kombi benutzen mit meinem Alverde Duschgel. Da gibt es ja auch eins Vanille Orange oder Mandarine. Vanille Mandarine. Und in der Kombi werde ich es benutzen. Weil der Geruch doch sehr, sehr ähnlich ist. Und da freue ich mich, weil ich mag das Duschgel davon schon unheimlich. Und ich finde, das passt ganz gut zusammen. Wahrscheinlich gehört es sogar zusammen. Aber man weiß es nicht. Nicht gekauft und trotzdem bekommen habe ich das. Von Altera. Und zwar diese Handcreme. Ähm... Granatapfel und Aloe Vera. Ähm... Es gibt momentan die App von Altera, wo man Gutscheine sich ausdrucken kann. Und dann jede Woche sich ein anderes abholen kann. Produkt. Und dann... kriegt man auch Punkte gut geschrieben und nimmt dann irgendwie am Gewinnspiel teil oder so. Auf jeden Fall kann man sich ein kostenloses Produkt mitnehmen und es bewerten. Und äh... Ja. Habe ich mitgenommen. Äh... Riecht extrem nach Granatapfel. Die Haut fühlt sich aber weich an. Die Hand. Also die Handhaut. Die Hauthand. Handhaut. Hauthand. Was auch immer. Die Hände fühlen sich auf jeden Fall weich an. Und äh... Ja. Werde ich mal länger ausprobieren. Mal gucken. Mal schauen. Ja. Aber die Frau lebt nicht nur von Pflege allein. Auch ein bisschen Make-up darf es sein. Und so nahm ich mit Eyeshadow Palette. Und ähm... Da gab es sogar einen Tester und deswegen habe ich es auch mitgenommen. Weil es hatte mich irgendwie angesprochen. Ich finde die Farben einfach interessant. Ähm... Sie sind halt... Schön. Sind auch gut pigmentiert. Ähm... Sind 5 mal 1,2 Gramm. Und der Preis war auch okay. Und deswegen habe ich es mitgenommen. Hauptsächlich wegen diesem ganzen hellen Weißton. Weil das ist eigentlich nur noch purer Schimmer am Ende. Ja. Fand ich... Fand ich nett. Ähm... Was haben wir noch mitgenommen? Wo sind wir noch schwach geworden? Soll ich es euch zeigen? Ja. Ich zeige es euch. Ich muss es nur erstmal hier sortieren. So. Und zwar habe ich mitgenommen. Von Catrice. Den... Bronzer. aus dieser... Was ist das? Bohema? Bohemia. LE. Finde ich so ganz schick. Ähm... Ich habe ein bisschen die Vermutung, dass er ein bisschen orange stichig macht. Aber das werde ich noch rausfinden. Ja. Dann habe ich mitgenommen drei Lidschatten aus der LE. Aus Besagter. Und zwar diese drei. Ich finde die passen ganz gut. Im Endeffekt kann man sagen, ich habe aus dieser LE alles mitgenommen. Außer Blau. Äh... Darunter dann auch die vier Lipglosse. Diese. Schöne Farben, finde ich. Und zwei Nagellacke. Diese. Ja. Und natürlich noch ein schwarzen 0,2 Nap in the Shade Loose Power Eyeliner. Oder auch Lidschatten. Ja. Was habe ich noch geshoppt? Ich habe noch geshoppt. Bei Aldi. Bei Aldi gab es Make-up. Und bei Aldi gibt es immer Make-up. Aber es gab besonderes Make-up. Gut, es gibt bei Aldi nicht wirklich besonderes Make-up. Aber es gab so, keine Ahnung, so einen Sonderteil da mit Make-up. Da habe ich mir einen einzigen Nagellack mitgenommen. So einen ganz dunklen. So ein dunkles Rot. Und ich habe mitgenommen, weil man kann es bei Aldi nicht wirklich erkennen, Kompaktpuder. Äh... Das Problem ist, die Verpackungen sind alle identisch. Und es stehen dann nur die Namen dran. Und man kann nirgendwo einmal sehen, was das für eine Farbe ist. An der Verpackung steht es nicht. Es ist alles identisch. Also habe ich es einfach mal alle drei mitgenommen. Meine Mutter mochte auch welche. Und wir... Ich gebe ihr dann noch welchen ab. Und... Ja, so habe ich also den hier. Das hier ist jetzt die Farbe Naturbeige. Ein recht heller Ton. Und dann haben wir... Was haben wir hier noch? 0,1 Natur-Sand. So. Seht ihr da jetzt einen großen Unterschied? Also ich persönlich sehe sehr wenig Unterschied. Das ist ein Unterschied da. Aber er ist fast zu vernachlässigen. Ich blende euch das dann nochmal als Bild ein. Alle drei nebeneinander. Und da merkt man jetzt einen Unterschied. Das ist Sommer-Bronze. Den kann man wahrscheinlich in Kombi dann auch noch als Bronzer nehmen. Nehme ich mal an. Aber er ist auch ein Kompakt-Puder. Und... So. Das waren wie gesagt die drei Kompakt-Puder. Ich finde es doof, dass man das bei Aldi nicht vorher sehen kann. Genauso verhält es sich mit den Rouge. Es gab Rouge-Dos. Und zwar Soft-Rosa und Rosa. Und es gab Soft-Koralle und Koralle. Wirklichen Farbunterschied. Ich weiß nicht. Das ist das eine. Das ist Soft-Rosa und Rosa. Und dann gibt es das zweite. Na gut, man merkt schon einen Unterschied. Also wenn ich jetzt drauf gucke, doch. Das andere ist Koralle und Soft-Koralle. Aber es ist fast... Ja, ich weiß nicht. Also so gravierend ist der Unterschied nicht. Ich hatte mir da mehr erwartet. Ja, ähm... Preise, Infobox. So. Und, ähm... Ich weiß nicht. Also bei dem Kompakt-Puder bin ich sehr gespannt. Da werde ich ein eigenes Video dann wahrscheinlich nochmal machen. Oder ihr findet es dann auf meinem Blog. Da gebe ich aber dann hier auch noch Bescheid. Irgendwo blende ich das dann hier mal ein, wenn ich damit durch bin. Wenn ich das dann gemacht habe. Ähm... Nun denn. Das war mein Einkauf. Ähm... Ich freue mich aufs Ausprobieren. Ich freue mich aufs Testen und Rumprobieren und Experimentieren. Und... Ja. So viel von mir. Bis dann. Bin ich also shoppen gewesen und gucke einmal Schau. Lauter Sachen reduziert. Uh. Schön, dachte ich mir. Und... Teilweise sogar neue Sachen. Und zwar war ich shoppen. Mit einer lieben Freundin. Und... Ja. Wir haben den DM gestürmt. Und da habe ich halt ein bisschen eingekauft. Und was? Das zeige ich euch jetzt. Das zeige ich euch jetzt. Untertitelung des ZDF, 2020